Mark Twain Die Geschichte vom bösen kleinen Jungen Es war einmal ein böser kleiner Junge namens Jim. Obgleich ihr, wenn ihr der Sache einige Aufmerksamkeit widmen wollt, finden werdet, dass in euren Sonntagsschulbüchern die bösen kleinen Jungen gewöhnlich James heißen. Es war seltsam, dennoch dieser böse Junge hieß Jim. Er hatte keine kranke Mutter, eine kranke Mutter, die fromm gewesen wäre und an der Schwindsucht gelitten hätte, die lieber im Grab gelegen und nur von der großen Liebe zu ihrem Kinde aufrechterhalten worden wäre, von dem Angstgefühl erfüllt, die Welt würde kalt und streng mit ihm verfahren, wenn sie einmal nicht mehr sei. Die meisten bösen Jungen der Sonntagsschulbücher heißen James und haben eine kranke Mutter, die sie beten lehrt. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Sie mit süßer, klagender Stimme in den Schlaf wiegen, ihnen den Gute-Nacht-Kuss geben, um dann neben ihrem Bett niederzuknien und zu weinen. Bei diesem Burschen war das anders. Er hieß Jim und mit seiner Mutter war nichts los. Keine Schwindsucht, nichts dergleichen. Sie war eher robust, keineswegs fromm und überdies um Jim gar nicht besorgt. Sie meinte, wenn er den Hals bräche, wäre es kein großer Schaden. Sie schickte ihn immer mit barschem Ton ins Bett, gab ihm nie einen Gute-Nacht-Kuss. Im Gegenteil, sie riss ihn an den Ohren, wenn sie ihn los sein wollte. Eines Tages stahl dieser kleine Junge den Schlüssel zur Vorratskammer, schlüpfte hinein und tat sich an der Marmelade gütlich. Damit die Mutter den Verlust nicht bemerkte, füllte er den leeren Topf mit Thea. Hierbei überkam ihn nicht plötzlich ein Angstgefühl und nichts flüsterte ihm zu. Ist es recht, ungehorsam gegen die Mutter zu sein? Ist es nicht sündhaft, solches zu tun? Was geschieht mit bösen kleinen Jungen, die von der Marmelade ihrer lieben guten Mutter naschen? Auch kniete er nicht einsam nieder, mit dem Gelöbnis, nie mehr böse zu sein, um dann mit erleichtertem, frohem Herzen sich zu erheben, zu seiner Mutter zu gehen, ihr alles zu sagen, ihre Verzeihung zu erflehen, um schließlich von ihr gesegnet zu werden, wobei sich ihre Augen mit Tränen des Stolzes und der Dankbarkeit füllten. Nein, das kommt wohl bei allen bösen Buben in den Büchern vor, aber seltsam genug, bei Jim war das ganz anders. Er aß die Marmelade und meinte in seiner sündigen, gemeinen Weise, das sei prächtig. Er goss den Teer in den Topf und fand das ebenfalls ganz prächtig und meinte lachend, Die Alte wird sich ärgern, wenn sie es bemerkt. Und als sie es bemerkte, leugnete er Stein und Bein, etwas von der Sache zu wissen. Sie prügelte ihn kräftig und er schrie, was das Zeug hielt. Alles an dem Jungen war seltsam, alles geschah ganz anders, als es bei den bösen Jamesen in den Büchern gewöhnlich geschieht. Eines Tages erkletterte er des Nachbars Apfelbaum, um Äpfel zu stehlen. Er brach sich nicht das Bein, er fiel nicht hinunter, um dabei den Arm zu brechen. Der Haushund stürzte sich nicht auf ihn, er lag nicht wochenlang auf dem Krankenbett, um dann reuig und gebessert aufzustehen. Oh nein! Er stahl so viel Äpfel, wie er wollte und kam heil herunter. Auch mit dem Haushund wurde er fertig, indem er ihn mit einem Ziegelstein traktierte, als er sich nähern wollte. Es war seltsam, nichts dergleichen ist je in den erwähnten Büchlein vorgekommen. Eines Tages stahl er des Lehrers Federmesser und als er befürchtete, die Tat könnte entdeckt werden und er könnte Prügel erhalten, schob er es in George Wilsons Mütze, dem Sohn der Witwe Wilson, dem sitzsamen Knaben, dem guten kleinen Jungen des Dorfes, der stets seiner Mutter gehorchte, nie eine Unwahrheit sagte, seine Aufgaben immer konnte und die Sonntagsschule fleißig besuchte. Als das Messer in der Mütze gefunden wurde und der arme George errötend sein Haupt senkte, als ob ihn das Gewissen drückte, als der Lehrer ferner schmerzlich berührt ihn des Diebstahls bezichtigte und daranging, die Rute auf des Jungen zitternde Schulter niedersausen zu lassen, da erschien kein weißhaariger, ehrwürdiger Friedensrichter plötzlich in ihrer Mitte, um in imponierender Haltung auszurufen, »Verschonen Sie diesen edlen Knaben! Dort ist der nichtswürdige Schuldige!« Ich ging unbemerkt an der geöffneten Schultüre vorüber und sah, wie der Diebstahl begangen wurde. Auch erhielt Jim nicht die gerechte Strafe. Der ehrwürdige Richter hielt an die weinenden Schuljungen keine Ansprache. Er nahm George nicht bei der Hand mit den Worten, »Dass solch ein Knabe eine Auszeichnung verdiene«, sagte ihm dann nicht, er möge zu ihm kommen und bei ihm weilen, die Amtsstube fegen, Feuer machen, Einkäufe besorgen, Holz spalten, die Rechte studieren und seinem Weibe im Haushalt helfen. In der übrigen Zeit aber dürfe er spielen und für dies alles würde er 40 Cent im Monat bekommen und könnte glücklich sein. Nein, das wäre wohl in den Büchern so gegangen, aber nicht bei Jim. Kein alter Richter trat plötzlich ein, um dem Musterknaben George aus der Patsche zu helfen und Jim freute sich dessen, weil er sitzame Knaben hasste. Das Seltsamste aber war, dass er, als er sonntags Boot fahren ging, nicht ins Wasser fiel und dass, als er ebenfalls sonntags fischen ging, kein Gewitter kam und er vom Blitz nicht erschlagen wurde. Seht alle Sonntagsschulbücher durch, von Neujahr bis Weihnachten und ihr werdet keinen Fall wie diesen entdecken. Im Gegenteil, ihr werdet finden, dass alle bösen Jungen, die sonntags Boot fahren, unabänderlich ertrinken und alle bösen Jungen, die sonntags fischen, unfehlbar vom Gewitter überrascht und vom Blitz getroffen werden. Immer ziehen böse Jungen am Sonntag im Boot aus und immer stürmt es, wenn böse Jungen am Sonntag fischen gehen. Dass Jim dem entgehen konnte, bleibt mir ein Rätsel. Dem Jungen konnte nichts passieren. Er gab dem Elefanten in der Menagerie eine Handvoll Schnupftabak und der Elefant schlug ihn nicht mit dem Rüssel auf den Schädel. Er stöberte im Schrank nach Pfefferminzbrandwein und er machte keinen Fehlgriff, um Aquafortis zu trinken. Er stahl dem Vater die Flinte und ging am Sonntag jagen und schoss sich dabei keineswegs drei oder vier Finger ab. Er schlug im Zorn seine kleine Schwester heftig mit der Faust und sie kränkelte nicht den ganzen Sommer hindurch, um schließlich mit sanften Worten der Vergebung, die seine Herzensangst verdoppelten, zu sterben. Nein, sie kam davon. Er entlief, um zur See zu gehen, doch nicht, um dann nach seiner Heimkehr sich einsam und verlassen zu finden, all seine Lieben auf dem stillen Friedhof ruhend, das Reben umrangte Heim seiner Jugend verödet und verfallen. Oh nein, betrunken wie ein Landsknecht kam er heim und sein erster Weg führte ihn ins Wirtshaus. Er wurde älter und heiratete, gründete eine vielköpfige Familie, die eines Nachts alle mit der Axt tot schlug. Er wurde durch alle möglichen Spitzbübereien und Schurkereien reich und ist jetzt der größte Gauner seines Heimatorts, allgemein geachtet und Mitglied des gesetzgebenden Körpers. Ihr seht also, dass es in den Sonntagsschulbüchern keinen bösen James gibt, der in seinem Leben ein so verteufeltes Glück gehabt hätte wie dieser sündhafte Jim.